Hey, Olli. Hey. Hier willkommen bitte zwei Dussel Deluxe. Aha. Dussel ist ein Hund. Ja, was ist das Deluxe? Das ist vier CL Wodka, zwei CL Blue Corsau, ein bisschen Bier, Cola und am Ende eine Limettenscheibe, bitte. Gut, das könnt ihr vergessen, das mach ich nicht, das verstößt gegen meine Barkeeper-Ihrle. Danke. Seid ihr Männer oder seid ihr Pussys? Gut, Barkeeper, mixed in Drink. Gut, aber nicht, dass ihr sagt, ich hätte euch nicht gewarnt, falls euch dann noch schlecht ist. So, dreimal Dussel Deluxe. Danke, der wird natürlich geäxt. Natürlich. Cheers. Cheers. Nicht schummeln. Ah! Ah! Stop! Hey, Kaffee ist fertig. Ja, und ich hab Frühstück mitgebracht. Oh, danke. Gerne. Sag mal, ich find das mega nett von Olli, dass er uns die Schlüssel gelassen hat. Macht er das immer so? Keine Ahnung. Ich seh so aus, als ob ich öfter in der Kneipe penne. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal eine Nacht durchgemacht habe. Lass mich raten. Das hat was mit deiner Arbeit zu tun? Ertappt. Ich muss erst mal los mit meinen Entwürfen warten. Was? Du willst jetzt echt zur Arbeit? Ist nicht dein Ernst? Natürlich, klar. Ey, du bist so eine Streberin. Ja, ich liebe meine Arbeit. Mode ist mein Leben. Und ja, manchmal ist das sehr stressig. Und ja, ich hab's auch schon übertrieben. Aber wenn ich den Tag mit meinen Entwürfen und, ähm, mit meinen Stoffen verbringe und manchmal auch die Nacht, dann ist das besser als jede Party. Ja, komm, in deinem Leben gibt's doch bestimmt auch irgendwas, was an erster Stelle steht. Ja, na klar. Fotografieren und... Ja, das erzähl ich dir jetzt mit Sicherheit nicht. Oh, nee. Aber bitte nicht so schweinischer Jungs-Kram. Das ist so ein Quatsch. Das geht einfach um mein Fahrrad. Weißt du? Ich verspür immer... ...ein Stück weit Freiheit. Ich kann abhauen, wenn's mir zu blöd wird. Also nicht, dass ich das jetzt machen würde, aber... ...weißt du, da ist auch noch Sicherheit und... ...ja. Ja. Dann verstehst du doch, was ich meine. Ja, ich glaub so langsam. Weiß nicht, was du meinst. Ich werde deiner Chefin auf jeden Fall nicht verraten, dass du heute zu spät kommen wirst. Ach, Rebecca, das kannst du ruhig tun. Ich hab meiner Chefin nämlich ihren süßen Arsch gerettet. Und die Belohnung steht noch aus. Was? Mein Cocktail war die Belohnung. Dein Cocktail war eine reinste Katastrophe. Keine Belohnung. Okay. Dafür musst du aber die Augen zumachen. Okay. Das ist die beste Erdbeere der Welt. Danke nochmal. Sag mal, ist Arbeit auch besser als... ...Sex? Autsch. Und das vorm Frühstück. Ey, komm ruhig rein. Ich wollte sowieso Frühstück machen. Was, wenn ich die Briefträgerin wäre? Oder Charlie? Du, ich nehm an, die haben schon meinen nackten Mann gesehen. Wenn auch nicht so ein Prachtexemplar. Du bist einfach nur schräg. Ey, wie kann man nur so verklemmt sein? Wir sind Brüder, schon vergessen. Apropos. Ist gestern für dich abgegeben worden. Ich hab gar nichts bestellt. Vielleicht ein Geschenk oder so. Ich bekomm noch 26,50 von dir fürs Nachbote. Du, ich hab grad nix da. Ich finde, du könntest dir wenigstens die Mühe machen und mal nachgucken. Du würdest einen nackten Mann wirklich in die Tasche greifen? Ich glaub nicht, dass du dich drücken kannst. Jetzt mach dich mal locker. Du kriegst deine Kohle schon noch. Leere Versprechungen und schlaue Sprüche. Hast du dir richtig gut von unserem alten Herrn abgeguckt. Und du hättest dir mal ein bisschen Humor abgucken können. 26,50. Zieh die Hände nicht, was wir über. Unglaublich, dass wir verwandt sein sollen. Ey. Stay home. G Ethereum Lieber Tim, vielleicht erinnerst du dich noch an mich. Dein Vater und ich waren gute Freunde. Nach seinem Tod habe ich mich um seine Nachlass gekümmert, weil ihr Jungs ja alles weit weg wart. Ich würde dir gerne sagen, dass du was geerbt hast, aber dein Verkauf von Harris Zeug hat gerade mal gereicht, um seine Schulden zu begleichen. Du weißt darin besser, wie er war. Du bist das weiß. Das Einzige, was übrig geblieben ist, ist dieser Karton, den er die ganzen Jahre über immer bei sich hatte. Ich dachte, wo er so daran gehangen hat, wäre das eine schöne Erinnerung für dich und deine Brüder. Wenn es dich mal nach Jamaika verschlagen sollte, kommt vorbei. Alles Gute für dich, Wein. Hey, du bist angezogen. Hi. Hi. Und? Wo ist das große Vermächtnis von unserem Vater? Das müsst ihr euch selber ansehen. Ich habe es extra noch mal eingepackt. Für die Spannung. Wenn es die 26,50 Euro nach Porto wert ist, bin ich schon zufrieden. Wollt ihr auslosen vielleicht? Wer von euch beiden als Erster? Ich lasse Jo gerne den Vortritt. Ihr werdet euch noch wundern, Jungs. Ich wusste, dass euch das flasht. Und wegen dem Kram machst du so einen Alarm? Hey, das ist dein Auto. Erinnerst du dich nicht mehr? Immer wenn wir uns gesehen haben, hattest du es dabei. Hey, und du hättest mich damit nie spielen lassen. Weil du es wahrscheinlich sofort kaputt gemacht hättest. Und das ist deine Pistole. Stimmt. Da gab es richtig Munition für. Ich war total laut. Und ihr habt euch mal beschwert, dass Harro sich nicht für euch interessiert hat. Dabei hat er den Kram Jahrzehnte für euch aufbewahrt. Klar. Weil er das Zeug nicht zu Geld machen konnte. Ja, okay, Harro war ein bisschen unzuverlässig. Aber er hat an uns gedacht. Sonst hätte er die Sachen mit Sicherheit nicht quer durch alle Kontinente geschleppt. Ein sentimentaler Moment macht noch keinen guten Vater, Tim. Ja, da glaube ich ihm recht. Wollt ihr die Sache nicht mitnehmen? Von mir aus kannst du den ganzen Kram in den Null werfen. Wann hast du das gemalt? Okay, der Kleine ist Tim. Und wer von denen bin ich? Das ist doch klar hier. Der kleine Dicker mit der Brille. Ich war nicht dick. Vielleicht ein bisschen pummelig. Und die Brille war cool. Das war eine richtige Pilotenbrille. Das hat deine Mutter dir erzählt, damit du sie anziehst. Oder hast du schon mal einen Piloten gesehen mit einer hellblauen Hornbrille? In den 80ern trugen Piloten genau solche Brillen. Ja, klar. Sei froh, dass du die nicht mehr hast. Bin ich auch. Weil der war trotzdem cool. Das muss direkt gewesen sein, nachdem wir uns das erste Mal begegnet sind. Das war ein Haros Geburtstag. Endlich mal alle Jungs zusammen, hat er gesagt. War ein bisschen aufgeregt. Und auch ziemlich schnell. Ziemlich dicht. Und er hat da uns solche Trinksprüche rausgehauen. Von wegen Auf meine Jungs. Auf die besten Jungs der Welt. Und so ein Quatsch. Das weiß ich gar nicht mehr. Du hast doch auch schon geschlafen. Und hat er nicht die ganze Zeit von so einem Angelausflug gefaselt, den wir machen sollten? Nur wie vier Männer. Nach seinem Leos versprechen. Darüber habe ich ihm diesmal echt geglaubt. Hallo? Ich habe monatelang auf eine Angelroute gespart. Als die Sommerferien endlich anfingen, habe ich jeden Tag auf seinen scheiß Anruf gewartet. Ja, das war wirklich extrem gedankenlos von ihm. Ey, tu mir eingefallen. Sag jetzt nicht, dass er es nicht so gemeint hat. Sonst muss ich leider anfangen zu kotzen. Er war ein egoistisches Arschloch, auf das man sie nicht verlassen konnte. Das ist ein Schluss, wie es scheint. Er hat uns vielleicht mehr hinterlassen, als diesen Scheiß hier. Tut mir leid, Kleiner. Aber ein bisschen Nostalgie reicht nicht aus, um das wieder gerade zu bieten. Scheiß, ich brauche ganz dringend einen Wagen. Wie du weißt, habe ich kein Auto. Ja, aber du hast die Schlüssel zu den Dienstwagen. Also willst du was Dienstliches machen? Ja, klar. Und was? Da ist dieses Fotoshooting von... So dienstlich ist es nicht. Brauchst mich nicht zu verarschen. Es gibt Dinge, die nun mal nicht warten können. Was heißt, du hast den Wagen frei? Nimm den Lieferwagen. Der hat genug Platz für eine Matratze hinten. Ey, nein, so eine Art von Notfall ist es nicht. Ist mir egal, okay? Alles, was ich weiß, du holst ein bisschen Fotoequippen und bringst den Wagen ohne Kratzern vollgetankt zurück, okay? Danke, Mann. Ich habe keine Ahnung, wie es mit dem als Mitbewohner aushaltet. Du bist jetzt, läuft das super. Heute Morgen hat er mir splitterfasernackt die Tür aufgemacht. Ich kam mir vor, wie am FKK-Strand. Gibt Dinge, die ich schlimmer fände. Ah, stimmt, da war noch irgendwas. Ja. Nee, ernsthaft. Mein Nachbar, du kann ich vergessen. Ich wette mit dir, der lächelt mich an und geht davon aus, dass ich damit die Sache erledige. Wie unser alter Herr. Okay. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Hör mal, wenn es wieder um die Spielzeugpistole geht, lege ich sofort auf. Frank, ich brauche unbedingt deine Hilfe. Du musst vorbeikommen. Was ist los? Ich war eben in diesem Park und da war so ein Dealer, der hat gerade Drogen vertickt und ich habe ihn gesehen und er hat gesehen, dass ich es gesehen habe und jetzt verfolgt er mich. Bist du dir sicher? Normalerweise verschwinden solche Typen lieber. Frank, wenn du mich nicht mit einem Messer im Bauch sehen willst, dann komm jetzt bitte sofort vorbei. Okay, mal ganz ruhig. Wo bist du? Ich bin am Friedensplätzchen, ecke Wismannstraße. Aufgelegt. Sieht so aus, als wäre der Kleine wirklich in Schwierigkeiten. Was ist denn jetzt schon wieder? Jo, gut, dass ich dich erreiche. Ja, das wird sich noch zeigen. Ich brauche deine Hilfe. Ah, ah, du musst sofort kommen. Ah. Was ist los? Hast du Schmerzen? Das kann man wohl sagen. Ich war eben im Park und da hat mich dieser Hund angefallen. Oh, er ist einfach unbezugerannt. Dein Hund? Ja, und es blutet wie Sau. Ja, dann komm so schnell du kannst in die Notaufnahme. Das geht nicht. Aber hier kann man dir am besten helfen. Das ist mir peinlich. Mann, Tim, was ist bitte an einem Hundebiss so peinlich? Die Stelle. Die Stelle. Du weißt schon. Oh, alles klar. Verstehe. Okay, wo bist du? Friedensplätzchen, ecke Wismannstraße. Alles klar. Ich komme sofort. Geht doch. Ja. Ich frage mich, wie wir bei den beschlagenen Scheiben überhaupt was erkennen wollen. Sag mal, willst du den Kram da nicht mal wegräumen? Dann komme ich zu dir nach vorne. Das ist mega teures Fotoequipment. Das sind Versicherungsauflagen. Ja, ist okay. Und wie sah der Dealer jetzt genau aus? Durchschnittstyp. Also dafür, dass es gerade noch um Leben und Tod ging, bist du aber schon wieder ganz schön entspannt. Frank, jetzt bist du ja da. Jetzt brauche ich mir keine Sorgen mehr machen. So, und wo hast du ihn jetzt zuletzt gesehen? Das muss hier irgendwo an der Kreuzung gewesen sein. Irgendwo hier. Bist du dir sicher? Ich glaube schon. Da ist er. Da drüben. Wo? Kopf runter, sonst sieht er dich. Ist doch ganz egal. Hier steht Zivilbulle auf der Stirn geschrieben. Wenn er dich sieht, dann haut er ab. Kannst du mit der Verletzung nicht Auto fahren. Wunderheilung. Das ist dein Drogendealer, ja? Bist du jetzt völlig durchgeknallt, oder was? Ich habe mir ernsthaft Sorgen um dich gemacht, du Idiot. Irgendwas muss ich doch tun. Wenn ihr so unglaublich stur seid. Was willst du eigentlich von uns? Wir sind alle drei Brüder, ob ihr es wollt oder nicht. Ich will einfach, dass ihr euch auch dementsprechend verhaltet. Seht ihr? Ihr seid euch ähnlicher, als ihr glaubt. Und wenn schon. Wie kann einem das nur so egal sein? Ich bin mein ganzes Leben lang sehr gut ohne euch ausgekommen. Meinst du nicht, wenn wir uns einfach mal zusammentun, dass wir auch ein bisschen Spaß zusammen haben? Nein. Können wir es nicht einfach mal versuchen? Nur heute. Einen Familientag? Ja, den Familientag kenn ich. Da schlagen wir uns am Ende die Köpfe ein. Ich bin raus. Nein, auf keinen Fall. Wir holen heute diesen Angelausflug nach. Ob ihr es wollt oder nicht.